Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Hier hat Familienvater Mark vor drei Monaten seine Ausbildung zum Lkw-Fahrer bestanden. Nach jahrelangem Kampf um jeden Cent sollte es für ihn und Manuela endlich aufwärts gehen. Doch die Familie hat sich mit Neuigkeiten gemeldet. Wie geht's dir? Ja, uns geht's im Allgemeinen aktuell gar nicht gut. Aber jetzt gerade wollen wir erst mal frühstücken und dann alles besprechen und dann schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Kurz gesagt, warum geht's euch nicht gut? Kurz gesagt, Job verloren, neu angefangen, Job verloren. Beide haben jetzt gar keinen Job mehr. Wir stehen damit nichts, kein Geld, Lebensmittelgutschein und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ein extremer Absturz in nur drei Monaten. Doch Manuela und Mark versuchen, Haltung zu bewahren. Vor allem vor den Kindern. Haben wir noch Teebrust? Teebrust? Ja, machen wir noch solches Holz? Ja, gerne. Doch was ist genau passiert? Manuela hat zuletzt als Beraterin im Homeoffice gearbeitet. Dann verliert Tochter Melina den schon zugesagten Kita-Platz. Hinzu kommt, dass Sohn Mason oft krank ist und Manuela dann nicht arbeiten kann. Als ich die Stunden kürzen musste, weil wir die Absage für Meninos Kindergarten bekommen haben, da fing es an, dass wirklich alles den Bach runterging. Da Mark als Lkw-Fahrer Vollzeit beschäftigt ist, muss sich Manuela zusätzlich noch um die Kinder kümmern. Ein Spagat zwischen Teilzeitjob und Muttersein, den ihr Arbeitgeber abrupt beendet hat. Ich hätte ja jetzt diesen Monat meine Probezeit beendet gehabt und hätte einen Festvertrag bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es kurz vor der, das kommt schon komisch, kurz vor Ende der Probezeit und ich war eine ganze Zeit jetzt eine Woche krank wegen den Kindern. Ob das daran lag, weiß ich nicht. Die haben im Endeffekt nur noch gesagt, wir brauchen sie nicht mehr. Als ich diesen Satz gehört habe und die Kündigung unterschrieben habe, habe ich wirklich vor meinem Arbeitgeber ein bisschen Tränen ausgebrochen. Das konnte ich nicht zurückhalten. Ich konnte das einfach nicht verstehen, weil es genau das war, was ich machen wollte. Das war mein Traum. Und es kommt noch schlimmer. Mark hat trotz Vollzeitstelle nur 1600 Euro verdient. In der Hoffnung auf einen höheren Verdienst wechselte er den Arbeitgeber. Doch auch da lief es nicht gut. Am ersten Tag kamen dann schon so die ersten Probleme, sage ich mal, auf. Ich bin halt mit der Rolle von einem Auflieger an den Brückenpfeiler gekommen und habe die Rolle abgerissen. Das war dann natürlich blöd gewesen, am ersten Tag direkt einen Schaden gefahren. Und ja, beim Rückwärtssetzen ist mir dann irgendwas passiert, dass ich dann halt den Bremsschlauch abgerissen habe und konnte nicht weiterfahren, weil die Bremse fest war. Und das waren dann so die ersten Punkte wirklich schon gewesen, wo wir dann so ein bisschen aneinandergeraten sind. Ja, und dann nach der Woche, wo ich dann krank war, kam noch immer die Kündigung. Nach zwölf Tagen bei seinem zweiten Arbeitgeber steht Mark wieder auf der Straße. Noch steht eine Lohnzahlung aus. Aber wie viel du da jetzt noch bekommst, kannst du nicht einschätzen. Nein, nein, gar nicht. Es sind ja jetzt im Endeffekt drei, drei, vier Tage, die jetzt dann doch von dem Monat bezahlt werden. Also werden vielleicht zwei, drei, zwei, drei hundert Euro sein, also nicht viel. Jetzt aktuell, so wie es jetzt ist, Mark keinen Job, ich keinen Job, Miete zahlen, nein, können wir nicht. Deswegen haben wir jetzt den ersten Monat dem Vermieter gesagt, wir können nur die Hälfte der Miete zahlen. Alles steht plötzlich auf dem Spiel. Drei Jahre lang kämpfen sich die jungen Eltern vom Bürgergeldbezug in ihr eigenfinanziertes 168 Quadratmeter großes Traumhaus. Für ein ganz normales Leben mit schönem Zuhause und sicheren Jobs nehmen sie viel in Kauf. Also wir wollen ein Haus haben, wo wir alle genug Platz haben, auch mit den Kindern, wo wir uns schön einrichten können, wo wir aber auch längere Zeit bleiben können. Krass, wirklich krass. Also jeden Tag, wenn ich dann auch bei Melina im Zimmer stehe und die Fenster aufmache und den Ausblick habe, da habe ich einfach jedes Mal im Kopf, ich habe es geschafft. Wie groß ist denn euer Haus jetzt? So groß. So groß ist euer Haus. Also wenn wir das Haus hier verlieren würden, da wird es noch schwieriger. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, das wäre der Punkt, wo ich wirklich sagen würde, hier, Leute, jetzt, Ende, jetzt brauche ich wirklich auch Hilfe mit meinen Kindern. Ist das das Schlimmste für die Kinder? So Ausgaben, fangen wir mal mit der Miete an. Sind 1200. Wir bemühen uns ja wirklich, dass da wieder was Neues anlangkommt und alles und Bewerbungen. Pass auf, Schatz. Wer hat die immer gemacht? Wir schreiben ständig Bewerbungen, telefonieren und alles und machen Vorschernungsgespräche. Jetzt vor kurzem hatte er ein Vorschernungsgespräch in Holland. Und das ist gut gelaufen. Marc hat einen Arbeitsvertrag bekommen, der ihm 17 Euro Stundenlohn garantiert. Schon nächsten Monat kann er als Lkw-Fahrer anfangen. Doch es gibt ein Problem. Der Vertrag gibt kein Festgehalt an. Deine neue Arbeit können wir schätzen ungefähr, du weißt ja, deinen Stundenlohn. Die Regel sind 40 Stunden Arbeitwoche. Also 160. 160, aber alles was drüber ist, wären dann Überstunden. Aber wie das dann da jetzt geregelt wird, das muss ich dann halt jetzt kurz, bevor es dann wirklich da richtig losgeht und auch wirklich zum Abschluss kommt, muss ich das mal klären. Was? Ich hab gedacht, das wäre jetzt schon fest. Das ist ja fest. Ja, dann sag doch einfach, den und den Stundenlohn für 160 Stunden. Ja, okay. Fertig. Dann machen wir das. Warum denn so ein Tratrar? Ja, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob die Stunden drin stehen oder nicht, weil ich konnte so einen Vertrag ja gar nicht richtig lesen, aber auch von der nicht. Marc kann zwar arbeiten, aber wie viel er dabei wirklich verdienen wird, steht in den Sternen. Manuela beginnt zu zweifeln. Ich hab gerade überlegt, was wir kochen sollen. Ja. Bubengröße hab ich noch in der Tiefkotruhe, aber ich hab kein Pita-Broten mehr. Nee, na, manchmal. Das heißt, ich hab jetzt gerade überlegt, ob wir vielleicht nochmal kurz zusammen hier reingucken, wenn wir eh einkaufen müssen, dann können wir gucken, was da für Angebote sind. Vielleicht fällt uns dann noch was ein. Ja. Wie bezahlt ihr denn momentan eure Einkäufe? Also den Einkauf jetzt bezahlen wir dann mit einem Lebensmittelgutschein. Von dem Lebensmittelgutschein kann man Lebensmittel kaufen und Hygieneartikel. Also kein Rauch, also kein Tabak oder kein Alkohol, aber das ist für mich sowieso nicht relevant, weil ich brauche das alles nicht. Ich brauche nur Essen und Trinken. Deswegen habe ich gerade gesagt, lass uns nochmal nach Angeboten gucken, weil wir müssen dann definitiv auf die 50 Euro kommen. Ja. Und können dann nicht nur die paar Sachen einkaufen. Wenn wir jetzt nur für 30 Euro einkaufen, sind 20 Euro weg. Ja. Lebensmittelgutscheine gelten als ergänzende Sachleistung und können in besonderen Notsituationen auch ohne Sozialleistungsbezug in Anspruch genommen werden. Die Lebensmittelgutscheine muss sich beantragen, weil wir in einer Situation waren, wo wir nichts mehr bezahlen konnten. Dann die Ratszahlung nicht mehr, den Strom nicht mehr, jetzt auch die Hälfte der Miete nicht mehr und das Geld, wenn das für alles andere nicht reicht, reicht es auch nicht zum Essen. Und ja, dann mussten wir auf die Lebensmittelgutscheine zurückgreifen. Das heißt also, du bist wieder beim Jobcenter? Ja. Ich bin wieder beim Jobcenter, ja. Leider Gottes. Aber auch nur so lange, bis du eine neue Arbeit findest. Wenn die Arbeit dann ordentlich zahlt. Ja. Das wirst du ja erst in der Länge, wo man gearbeitet hat. Dann bin ich auch ganz schnell wieder draußen, wenn das passt. Weil das ist niemals unser Ziel, dass wir wieder überhaupt da reinrutschen. Wir wollen eigentlich, dass wir da komplett rauskommen und dass wir von unserem erarbeiteten Geld auch alles zahlen können. Jetzt, wo man gearbeitet hat, arbeiten will und das anfordern muss, weil man die Kinder oder sich selber sonst nicht mehr versorgen kann, Manuela hat ihren Homeoffice-Job verloren, weil sich Kinder und Arbeit nicht vereinbaren ließen. Auch Marc wurde bei seiner zweiten Anstellung als Lkw-Fahrer gekündigt. Obwohl die beiden nie mehr von staatlicher Hilfe abhängig sein wollten, sind sie aktuell dazu gezwungen. Schinkenwurst haben wir noch. Schinkenwurst haben wir noch. Aber Salami. Teewurst, Leberwurst brauchen wir auch nochmal neu für Menina. Salami ist auch fast leer. Ich glaube, da ist nur noch ein oder zwei Scheiben drin. Menina hat sich heute noch mal eine mit zum Kindergarten genommen. Aber da kann ich jetzt keine Preise hinterschreiben, weil ich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, wie teuer das ist. Ich glaube, Salami war auch 1,48 oder so mittlerweile. Also eigentlich lohnt sich das nicht, dass wir zusammen zurechtgehen. Nein. Weil... Man weiß nur grob, was da jetzt ein Prospekt das kostet. Also für jemand anderes ist eine Salami oder ein Schinken halt was Normales. Aber für uns sind das aktuell Luxusartikel, weil wir kaufen die Sachen, die die Kinder essen und davon essen wir halt mit. Wir kaufen keine gesonderten Lebensmittel mehr für uns. Trotz bestandener Ausbildung von Marc bleibt die Arbeits- und damit auch die Einkommenssituation ungewiss. Ohne Hilfe vom Staat könnte die Familie gerade nicht überleben. So sieht der aus. Der ist jetzt ein bisschen ramponiert, weil er in meiner Tasche war. Aber das geht halt drauf, 50 Euro. Und für wen er ist? Monat April. Wenn wir den jetzt auch im April nicht benutzen, dann würde er auch verfallen. Also dann sind die 50 Euro weg. Manuela macht sich auf den Weg zum Einkaufen. Sie und ihr Mann Marc haben beide ihre Arbeit verloren. In ihrer Not haben sie Lebensmittelgutscheine beim Jobcenter besorgt. Erst mit Marcs neuen Job kommt wieder Geld aufs Konto. Bis dahin heißt es gut kalkulieren. Also das ist jetzt schon ein besonderer Einkauf, weil das wirklich strukturiert durchdacht ist, was wir da jetzt einkaufen. Das heißt, ich habe aus den Prospekten das günstigste rausgesucht und nur das Nötigste aufgeschrieben, was wir wirklich brauchen. Und wenn dann noch was übrig ist, dann kann man etwas Besonderes kaufen, wie jetzt Erdbeeren oder Obst oder so. Die zweifache Mutter will nicht von staatlicher Unterstützung abhängig sein. Sie will für ihr Geld arbeiten. Doch momentan gibt es keine andere Lösung. Bis zum nächsten Mal.